Hallo! Hallo! Bisschen gay, aber läuft! Ey, sag mal, kennst du diesen Crazy Hornet? Ja, das ist voll die Mundmuschie, Alter. Ja, kennst du den Motoviloki? Alter, hör auf, Alter! Das ist ja ein Spinner, Alter. Ja, voll der Sperrmüllkind. Ja. Alter, der ist viel zu beschissen für den Sperrmüll, Alter. Den nehmen sie nicht mit, Alter. Sondermüll. Ja, musst du noch bezahlen, dass der mitgenommen wird. Ja. Aber richtig. Und der muss den auch noch selber wegbringen, weil sie nicht mitnehmen. Ja. Ey, selber tut, so Opfer. Ach guck mal, er besteht auf sein Recht, einfach keine Vorfahrt zu haben, aber zu wollen. Was, der Opel? Der Opel, ja. Ja. Ja denn, guck mal. Ja. Er ist auch geil. Junge, da ist er wieder. Der, bitte vermehr dich nicht, Mensch. Ja. Ich bin Papa, ich hab mir die Elternzeit genommen. Oh. Okay. Ähm, ja, willkommen zu einem neuen Dual-Vlog. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg nach Flensburg. Zu Ice-T. Der zieht nämlich um. Ja, Gott sei Dank. Ja, mal wieder. Und mal wieder. Mann. Mal wieder bin ich das Opfer, das helfen darf. Ja, bisschen grün war das noch. Ja, das sicher. Bisschen grün geht immer. Hehehe. Oh, ich glaube es geht schon wieder los, ey. Oh, ich merk das auch schon wieder. Aber ich bin heute nicht gut drauf. Ich hab so wenig gepennt, ey. Das war ein scheiß hartes Wochenende, ey. Ah, hast wieder die ganz dicken Muddys gestemmt, wa? Ja. Wieder schön im Puff gewesen, ja? Oh. Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln. Ja. Guck mal, hier sind wir uns im... Das ist so wie im Spiegel auch. Ja. Oh. Ah. Ah. Ja. Oh, grün. Guck mal, wenn wir hinter dem herfahren, dann kommen wir automatisch nach Flensburg. Ja. Cool. Ja, geil, ne? Also ich kann mir die Motorräder hinten reinstellen. So, jetzt, pass auf, jetzt können wir mal gucken, wie toll sie alle, ähm, Freizeitsschluss können. Also ich kann. Haha. Ich auch. Aber hinter dem VW. Ey, ich hoffe nicht. Die, also auf der Hinterherfahrt waren die Windgeräusche so stark, ging gar nicht, Alter. Ich hab gar nichts mehr gehört. Ich konnte nicht mal mit dir telefonieren. Das veracht sich am Haar nicht. Ja, ich hab mal was sagen lassen, wenn man mich nicht hört, äh, kann das auch Vorteile haben. Das stimmt. So, äh... Sollenweise hören wir uns ja auch noch gleich an, ey. Das war voll Kacke eigentlich. Ich, ja. 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 Das dich ruhig selber, kein Problem. Ja. Weiß nicht. War jetzt Kitsch und Scheiße. Es gibt, gibt schon nix, gibt nix schöneres als, äh, n schöner Selbstbiss. Doch. Was denn? Äh. Äh. Fällt dir grad nicht ein, ne? Doch. Warte. Tritt. Was? Tritt. 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 Das bruchte ich, äh, äh, tolle Kaubombon oder so. Fritt. Ja, nächstes Mal wechseln mit Tritt. Und auch nicht mit Titt. Oder Shit. Shit. Shit, ja. Shit ist aber kein Kaubombon. Und Bockwurst ist keine Gardine. Ne. Und Füchse sind keine Rudelschiere. Was hast du denn da eigentlich? Na, fahren. Oh ja, hier, Zwingo. Sehr schön, ich mag Zwingos. Opa fährt Toyota. Klaus fahrt lang. Zeig dir Lachen. Sein Gebiss ist Klaus in den Toyota-Schiss. Genau. Komm hier, verpiss dich mal hier. Linke Spur fahren, aber nicht überholen, weißt du? Mann, 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 Mann. Aber jetzt verpiss dich. Ach, schön. Ist auch schön so, ne? So. Linke Spur-Fahrer. Ah, herrlich. Ich mag das ja, ne? Ich auch. Find das schön. Ja. Schön, Renault Zwingo. Und dann linke Spur. Ach, ich wette mit dir, der hat die letzte Zinkel. Ich habe nicht einmal in den Rückspiegel geguckt. Ja. Die fährt da ihren Stiefel und sagt sich... Willkommen in meiner Welt. Jenseits der 80 kmh. Zwischen 80 und 82. Schön. Ja, schön. Der überholt mich von rechts. Ist auch geil. Ach, ja. Mann, verpiss dich, Mutti. Ja, die passt nicht in die Lücken mit dem Riesenauto. Deswegen. Ist auch ein bisschen länger. Ja. Äh, die fahren da voll, die sind einfach voll rum, Alter. Guck dir so aggressiven Motorradfahrer an. Ja. Ich kann immer aggressiv werden, ich zuck gleich aus, Alter. Zuck aus. Wir gehen gleich auf die ganz rechte Spur rüber, ja, vor dem Lkw. Ganz recht? Ganz recht, ja. Juhu. Das hat ja gut funktioniert, Alter. Ja. Ja. Ja, schön. Schön, dass die ja auch 80 fahren, wo man 100 fahren darf. Ja, schön. Ja, läuft, ne? Läuft. Ist auch besser. Ist auch besser. Ist auch besser. Ja, Sicherheit. Safety first, sag ich mal, ne? Ja, jetzt haben sie mir nur noch 70. Ja. Man kann eigentlich auch anhalten, ist am sichersten. Ja, da kann man... Das stimmt. Da passt hier dann echt gar nicht. Ich hab heute Frachdurchfall, weil mein Kopf voll weggemüllt ist, Alter. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. 70 Reserven sind gestern Abend in den letzten drei Stunden an der Kartgeschäft verbrannt worden. Ich... Es war aber auch heiß am Herd, ey. Leg mich am Arsch. Ja, Junge, Alter. Junge! Junge, ich hab... Junge, alter Dicker. Dicker, dicker Junge, alter... Alter, fetter Junge. Alter, fetter Junge. Das ist auch gut, ja. Wie er sich immer vorm Wind versteckt, die Ratte, alter. Ha, 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 ha. Ah, ja. So, kommst du, oder was? Ich bin doch schon hinter dir, du Opfer. Guck mal. Da ist er. Du Geisterkranker. Das sieht irgendwie von hinten voll doof aus, alter. Ich kann dich gar nicht so gut verstehen. Ja, ich verstehe auch nichts mehr. Aber ich weiß ja, was ich gesagt hab. Ha, 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 ha. Ich sag ja, das ist heute extrem laut, wie Windgeräusche. Weil er so beschissen von vorne links kommt. Ich bin ja nicht so beschissen von vorne, ich weiß ja nicht. Ich bin ja nicht mit dir. Ich bin ja nicht mit ihm. Ich bin ja nicht mit ihm. Und ich bin ja nicht mit ihm. Ey, wie beschirrt der, ey! Ist der beschirrt oder was? Was für'n Opfer, Alter. Bei der Cam hat's schon wieder voll den Spiegel festgestellt, ey. Was für'n Arschloch, Alter. Der hat doch nicht eine Tasse im Schrank, oder was? Ja, echt mal, ey. Krieg mit deinem Pisshobel hier rüber. Ja, oh, ich hab mich falsch eingeordnet. Ich zieh mal rüber. Ja. Oh, da ist ja schon einer. Wichser. Ja, echt, ey. Vor allem, äh, ich komm hier mit 140 angenagelt, ne? Oh, ich war ja knapp hinter dir. Ich hab das ja genau gefilmt. Was für'n Arschloch. Oh, ich hatte schon wieder Rage-Mod an. Pisse, saufende Rummel-Nutte, Alter. Ey, wirklich. Ja. Lass mal rausziehen. Lass mal fett schloppen. So richtig, ich hab nix sehen, Alter. Ja, lass es, Alter. Scheiß drauf. So ein Hurensohn, ey. Wirklich. Aber richtig, ey. Der hat hundertprozentig gar nicht geguckt, das Arschloch. Da bin ich mir sicher. Und jetzt eiert er hier oben mit 85, Alter. Ja, loo. So, kommst du mit? Ja. In der Hunde sind auch drei oder vier Motorräder. Jo, hab ich gesehen.